Herzlich Willkommen zum Rockhütten-Podcast! Ich habe es letzte Woche bewusst ausgelassen. Ja, so, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Episode 92 am 29.07. Ja, irgendwie diesen Jahres. Wir haben noch immer Sommer. Und es ist immer noch total befremdlich, nur mit zwei Leuten hier eine Rockhütte zu lassen. Ja, genau. Wir haben noch immer Sommer, wir haben noch immer Schwund, wir haben noch immer Ferien. Das kann wieder nur besser werden, ne? Ja, ich habe allerdings News von Alex. Er wird morgen aus dem Knast entlassen. Endlich! Ja, ich hoffe also, dass er in den nächsten Wochen zu uns kommt. Aber es haben sich auch noch ganz andere Gäste angekündigt. Das heißt, es bleibt weiterhin spannend in der Rockhütte, auch in den nächsten Wochen. Und wir steuern mit großen Schritten auf Episode 100 zu. Da haben wir noch was Besonderes vor. Aber das verraten wir noch nicht. Jetzt noch nicht, aber vielleicht in Folge 93. Ja, von Torben und Horst sollen wir ganz herzliche Grüße aus Portugal jetzt wieder auf dem dreitägigen Rückweg bestellen. Sie haben ganz viel, also sie haben Heizdecken. Ich glaube, ein Café-Servie hat der Horst gekauft. Geil. Und so Dinge, die man halt unbedingt braucht. Ich glaube, ein Eierkocher. Eierkocher. Ein Zoom. Ein iPod. Ein iPod. Ein iPod gab es, ja. Die waren schon immer alt, glaube ich, schon als die rausgekommen sind. Und ja, dann haben die noch ein paar polnische Discmans. Polnische Discmans aus Portugal. Schnapper. Absolut up to date, die Dinger. 120 Euro das Stück. Kannst nichts verkehrt machen. Absolut granios. Mit Antischock. Mit Antischock. Aber sechs Sekunden, das gibt es sonst nirgendwo. Das ist krass. Also nächste Woche bestimmt wieder dabei der Torben und Horst, damit ich mich hier nicht allein um die Technik kümmern muss. Wir heißen euch dennoch herzlich willkommen. Du musst jetzt hier auf die Rubrik tippen. Diesmal denke ich dran. Starten wir direkt mit. Was geht ab? So, wollen wir mal sehen, was wir euch heute kredenzen. Ja, ich muss sagen. Damit ihr wieder eine Stunde Heiterkeit mit uns habt. Ich muss sagen, ich war ja jetzt nochmal. Dieses Jahr ist echt viel Urlaub. Ich glaube, nächstes Jahr können wir uns nichts mehr leisten. Dieses Jahr hauen wir uns einen raus. Wir waren ja schon auf Malle und alles. Das war wieder eine Woche weg jetzt. Ich war auf Malle und in Halle. Und jetzt war ich noch tatsächlich eine Woche in Holland. Und ich muss ja sagen. Wo warst du denn? Ich war in Nordholland mal wieder. Ach. Mit Kinders. Und es ist noch immer schön. Ja. Also ich überlege, nächstes Jahr einfach mal was anderes zu machen. Weil irgendwann hast du Holland auch durch. Kennst du das? Kennst du alles. Aber ich muss schwärmen. Dieses Land ist so nah an uns dran. Es ist um die Ecke. Und trotzdem ist dort alles anders. Findest du das nicht auch? Was meinst du genau? Einfach alles. Die Mentalität. Gut, die frittieren auch Snickers mit Verpackung. Okay, das ist anders als bei uns. Aber was meinst du? Ja gut, die Blutdruckmedikamente kriegst du da schon bei der Einreise. Ist logisch. Stimmt, du kannst auch Kopfschmerztabletten bei Aldi kaufen. Das geht hier auch nicht. Ja, großartig. Ich habe auch wieder einen Hunderterpack Paracetamol und Ibus mir organisiert für 2,50 Euro. Das kannst du da eben. Also Drogerie ist quasi inkludiert in den normalen Lebensmittelsupermarkt. Aber auch die Mentalität ist eine andere. Einfach die Niederländer, die sind einfach immer freundlich. Die sind immer freundlich zu dir. Ja? Ja, selbst wenn dir einer gerade androht, dir richtig auf die Schnauze zu hauen, musst du vorher wenigstens noch lachen, bevor du die Zähne verlierst. Ja, aber das liegt in der Sprache. Ja. Das liegt nur an der Sprache, weil die irgendwie alles verniedlichen. Ich bin auch nicht wie im letzten Jahr versehentlich mit den Kindern durchs Rotlichtmilieu gegangen, in Alkmaar. Ich habe mir die Straße diesmal gemerkt, die zum Parkhaus führt. Wir haben eine andere genommen. Leinwärts ist noch in Holland. Komm, du warst doch auch schon oft in Holland. Ja, in Holland. Ich kenne ja... Die eigene Esskultur. Ja, das ist doch keine Esskultur, jetzt mal ehrlich. Nein, es ist Essen, aber keine Kultur. Aber für die, es gehört ja trotzdem zum kulturellen Background. Ein Bitterballen ist ein niederländischer kultureller Background. Oder nicht? Der eine sagt so, der andere so. Oder ein Roy Black am Stäbchen. Ja, ein Rudi Carell. Meine ich doch. Ja, wie gesagt, die Frittieren aus Snickers, ein Bounty. Ich kann jetzt natürlich auch... Nicht schlecht. Mindestens zwei Tage nichts mehr außer Fritteuse essen. Keine Pommes. Danach geht halt wieder. Aber sonst... Ach, schön. Doch. Und so lecker... Wie war das Wetter denn? Ja gut, an der See ist natürlich immer noch mal ein bisschen kühler. Wir hatten auch mal Regen. Also hier die große Hitzewelle von letzter Woche, die uns ja alle sterben lässt. Über Monate hinweg. Kein Wasser mehr. Das klingt ja schon wieder an. Also am Meer war Wasser. Ja. Da war tatsächlich noch Wasser drin. Mal mehr, mal weniger. Es kommt darauf an, wann du da hinkommst. Boah, ey. Geil. Beschreiben Sie die Gezeiten mal mehr, mal weniger. Hast du dann auch so eine leichte Wattwanderung gemacht? Alter, an der Nordsee noch mal eine Wattwanderung? Ja, klar. Da kommst du vielleicht zehn Meter weit. Das ist doch nicht der Ostsee, Mann, ey. Wieso? Ich mache immer an der Nordsee Wattwanderung. Wo bist du denn? Ja, whatever. Aber da gibt es halt nicht. Ja, klar. Da kannst du nicht mal eben bis zur nächsten Ölplattform durchmarschieren. Du kannst ein ganzes Stück reingehen. Naja. Du kommst immer drauf an, wann man da hinkriegt. Kannst du machen. Muss man aber nicht. Mit Kiemen am besten. Was warst du denn, kalt oder warm? Nee, das war tatsächlich noch angenehm temperiert. Also es soll ja nicht warm sein, finde ich. Warm ist ja relativ. Also du musst schon so einen leichten Frost-Effekt haben. Außerdem, am niederländischen Sandstrand musst du auch erstmal dich dran gewöhnen. Dann musst du gucken, dass dich keine Bittermann beißt. Dass der Bittermann nicht zu beißt. Dieser Wattfisch. Dann hältst du kurz nach Qualenausschau. Algen. Was war mit Salz? Fette deutsche Urlauber. Und wenn da nichts von in Sicht ist, dann gehst du rein. Dann kriegst du auch Spaß. War Salz da? Im Meer war noch immer Salz. Auch das ist nicht ausgegangen, Herr Habeck. Wir müssen auch dort nicht haushalten. Also wir haben Wasser, Salz, Strom gab es da auch noch. Geheizt haben wir nicht. Hast du eine Dünenwanderung wenigstens gemacht? Wir sind mit den Fahrrädern gefahren. Und natürlich kannst du ein paar Unternehmungen machen. Will man nochmal nach Texel nochmal rüber. Ach. Nochmal Robben streicheln und so. Du wolltest doch auch in den Borgos Zoo. In den Borgos Zoo, das mache ich tatsächlich noch. Am Montag. Am Montag fahre ich. Ich habe mir gedacht, in den Ferien ist eh voller, nimmst du auf jeden Fall kein Wochenende. Und im Urlaub wäre das jetzt kacke gewesen, wenn du in Nordholland Urlaub machst und fährst dann zwischendurch, machst du einen Tagesausflug nach Arnheim. Ja, das kann man doch mal machen. Das ist aber von der Fahrerei her total doof. Naja gut, das macht keinen Sinn. Was gibt es denn da oben für Freizeitmöglichkeiten? Ja, Texel, ne, dann gibt es die größte Düne. Die höchste. Ich weiß leider gerade die ganzen Ortsnamen nicht. In Bergen an See gibt es einen sehr schönen Strand, muss ich sagen. Und ein Aquar, 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 Aquar. Wasser, ja. Ja, also Wasser ist da überall. Nicht wie Sea Life, weil Sea Life ist scheiße. So ein kleines Aquazoo-Dings gibt es da. In Bergen an See muss ich auch sagen, da gibt es, wenn man zu diesem Aquazoo und zum Strand fährt, dann fährt man kurz durch die Innenstadt, wo die alle sitzen, in den Cafés draußen. Und dann kommt man an einer Stelle vorbei, da haben die mitten im Dorf eine riesige Wiese aufgebaut, die ist umzäunt und da laufen Rehe rum, hier diese, nicht Strauß, die kleinere Variante, Nandus. Und so mitten im Dorf, drumherum Häuser gebaut, total interessant. Und die Rehe finden das gut? Die Rehe finden gut, dass da Häuser drumherum sind, oder was? Nee, dass da so den ganzen Tag begafft werden und so. Ja, aber es ist ein großes Gelände, das ist total cool, begafft werden. Und wenn du dann weiterfährst, Richtung Strand, Bergen an See, dann fährst du durch so eine, wie soll man das nennen, Wald, so eine Allee. Und da sind aber dann, da wohnen die fetten Holländer, du. Da sag ich dir. Ja, also da hat, da hat Mareike ein Häuschen, da hat auch Linda ein Häuschen, da gehst du mal von aus. Da stehen ein paar Schuppen rum. Ach du, du meinst Reiche heute, ich dachte, die waren dick. Boah, alter Falter, da stehen ein paar Dinger. Kann man sich jedes Mal schön angucken. Dann gibt es noch, bei Patton an See in der Nähe ist ein sehr cooler Spielplatz für die Kinder. Also innen und außen kannst du auch fast den ganzen Tag romantieren. Wenn du was weiter wegfährst, ist da noch so ein Märchenvergnügungspark. Also auch trotzdem mit Achterbahnen und so ein Kram, nur nicht ganz so hart. Kriegst immer was, die dann ein paar Strandtage müssen ja auch sein. Ja. Plus eben, was ich in Holland liebe, einkauft. Ich decke mich immer ein in Holland. Mit Dosenpfand ist ja jetzt langsam passé. Aber in Holland, Kokosnussscheiben für aufs Brot. Diese 8 Millionen süßen Brotaufstriche, die hier haben und so Sachen. Die Süßigkeiten dort. Ich meine, auch du hättest zugenommen jetzt nach der Woche. Am Arsch, Junge. Ich habe jeden Tag wieder Sport gemacht. Ja, aber die ganzen Fritteusenscheiß, die du da gefressen hast. Ja, mehr die Kinder tatsächlich. Also ich habe abends dann nicht nur die Playstation, sondern auch den Grill angemacht. Also eher Protein zu mir genommen. Es war schön. Das ist doch schön. Du bist jetzt auch richtig erholt? So langsam, ja. Und das Schöne ist, ich habe noch zwei Wochen Urlaub. Ja, und du musst dich ja auch richtig erholen, weil du weißt, jetzt fängt bald, es ist noch nicht mehr lange, noch ein paar Tage. Die Bandpause ist zu Ende. Dann fängt das große Open Air wieder an. Dann ist auch wichtig, dass der Bus von Torben und Horst ankommt und dass Alex morgen endlich entlassen wird. Und wir setzen die Open Air Saison fort und beenden sie gleichzeitig. Aber wir setzen die Halbjahres-, Zweithalbjahres-Saison unserer Band La Ultima fort mit der 15-Jahre-Tour Part 2. Und wo ist das Open Air in? Wir starten am 5.8. an der Rockfabrik Uebach-Palenberg am Rocky Beach, ist es doch noch immer. Und am Freitag den 5.8., das ist sehr schön. Ja, die machen zwei Tage Open Air. Drei sogar. Drei. Drei Tage sogar, Entschuldigung. Wir headlinen den Freitag, den 5.8., das heißt, ihr wisst sofort, was ihr die nächsten Tage dann bekommt. Gleich eins aufs Maul. Wir haben uns für das zweite Halbjahr ein ... Wie toll ist das Set? Was für ein Set haben wir uns ausgedacht? Ein grand ... Ein episches ... Ein episches, ja. Ein episches Set. Das Beste vom Besten, nur Kracher. Wir haben aber auch viele Hymnen noch mal rausgekramt. Also einiges dabei, was wir im letzten halben Jahr nicht gespielt haben, tatsächlich. Oder die letzten zwei, drei Jahre vielleicht sogar nicht gespielt haben. Also es gibt einige Oho und Aha-Momente. Und ein paar Yeah-Momente. Und ein paar Yeah-Momente. Das wird sehr schön. Ich hoffe nur, dass es dieses Jahr nicht so regnet wie beim letzten Open Air, wo wir da gespielt haben. Nee, das ist schon länger her. Am Rocky Beach war letztes Jahr auch kein schlechtes ... Nein, das ist ja kein Rocky Beach-Konzert. Dann bist du falsch informiert. Ja, aber den haben die doch nicht abgebaut, den Rocky Beach. Nein, aber die Bühne ist größer, steht weiter hinten, sodass viel mehr Leute reinpassen und es werden keine Bierbänke da sein. Oh. Es wird also ein großes Open Air werden. Ja, also ... Wie 2017. Besucht uns einfach. Wir sind in bester Spieltrink und, was weiß ich für Laune, am 5.8. Rockfabrik über Palenberg. Wir machen uns auch extra in der zweiten Jahreshälfe ... Äh, Hälfe? In der zweiten Jahreshälfe. Hilf mir doch mal. Trink dir lieber noch. Komm, trink dir mal einen Bonnet-Kamm. Ja, komm. Sonst lohnt sich damit deine Stimme nicht mehr. Komm. Hast du noch einen? Ich guck mal nach. Ja, super. Sehr schön. Oh, Junge. Was hat der da? Eine Ansichtskarte aus Solingen. Was? Hier, was vom Bonnet-Kamm. Äh, ja, danke. Zack. So, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, die zweite Hälfte der 15-Jahre-Tour von La Ultima wird Ihnen präsentiert von der Firma Domritter. Die hat uns mal wieder eine leckere Bohnenkamm-Kredenz mit 45 Kräutern. Süßholz und Co. lassen raspeln. Gut Schluck. Lecker, lecker. Hast du das auch in der Nase gerade? Ich hab's immer alle, aber nicht in der Nase. Also, haben wir entweder eine Kippe nicht richtig ausgemacht oder brennt der Fußboden? Ich weiß es nicht. Riechst du irgendwas? Ja. Ich riech nichts. Wir werden es nicht. Nicht, dass das von draußen reinzieht. Weißt du, wir haben letzte Woche uns über unsere Drogenfreiheit unterhalten und ich hab gerade Grasgeruch in der Nase. Das kann nur der Nachbar sein. Ja, das sind nur wir beide. Ich weiß auch nicht genau. Egal. Hauptsache, es ist biologisch und abbaubar. Ja, jetzt riech ich es auch. Was wollte ich eigentlich sagen? Wir machen uns rar in der zweiten Jahreshälfte extra für euch, damit ihr einfach noch mehr Bock habt. Es muss ja heiß sein. Wir hatten jetzt im ersten Halbjahr viele Nachholkonzerte, auch pandemiebedingt. Ihr könnt uns im August, klar, am 5.8. sehen, haben wir jetzt besprochen. Der nächste Gig ist dann am 24.8. Das ist falsch. Am 20.8. geht es dann wieder, ist die Open-Air-Saison schon wieder vorbei. Da geht es weiter im Club Carthago in Kamp-Linford. Oh, da ist auch immer schön. Indoor, da ist richtig schönes Disco-Schwitzen angesagt. Wir freuen uns jedes Mal da zu sein. Und im September könnt ihr uns tatsächlich nur einmal sehen. Och, so weit aber auch. Nur ein einziges Mal. Aber dann könnt ihr uns richtig sehen. So in voller Pracht. Ja, wir haben ja neue Freunde gewonnen. Und ich hoffe, da ist es dann diesmal nicht so warm. Ja, das war schon immens warm. Deswegen im September sollte es doch langsam wieder etwas abkühlen. Ja, wir sind am 17.9. Doch, 17.9. Ja, das stimmt. Kommen wir nochmal zurück zu unseren neu gewonnenen Location und Freunden in Heinsberg ins House of Keys. Eine unfassbar geile Location. Genau, wer beim letzten Mal da war, weiß, Graffitis an der Wand, große Bühne, Bauabsperrzäune. Und vorher könnt ihr selbstverständlich da hinkommen und euch ein paar Escape Rooms gönnen. Wir haben es gemacht. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Als du da wieder rausgekommen bist, musstest du die Haare wieder schneiden. Ich bin rechtzeitig wieder rausgekommen. Auf jeden Fall ein grandioses Team dort. Die haben immer tolle Einfälle. Und wir freuen uns nochmal in diesem Jahr im House of Keys in Heinsberg zu sein. 17.9. Kommen da vorbei. Und über Oktober reden wir später. Also drei Auftritte habt ihr jetzt vor der Brust. Tickets gibt es online. Und was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Sollen wir noch irgendwas machen? Wir müssen aber irgendwas sprechen. Dann lass doch, sollen wir mal wieder aus dem Nähkästchen plaudern? Wir können das mal machen. Wenn wir jetzt gerade so dabei sind zu sagen, hier Auftritte und so. Wir können ja, wir können ja mal drüber sprechen. Wir sind ja unter uns wieder. Ja, wir können machen, was wir wollen. Was wir so eigentlich noch für Ideen in unseren Köpfen haben. Backstage-Geflüster. Tom und ich. Ich und Tom. Nee, das ist blöd. Also Torben und Alex ja auch. Ja, eigentlich alle. Eigentlich alle. Wir sind quasi die Vertretung für alle. Ja, wir sind die Vertretung. Wir sind aber auch, wir sind, haben wir auch noch nicht gesagt. Wir sind eine Demokratie in der Band, definitiv. Es ist so. Ja. Ich habe letztens zwar auf Schule gelernt. Es gibt, es gibt sogenannte Antreiber. Es gibt Erlauber. Es gibt notorische Ja-Sager. Es gibt Nein-Sager. Nein. Notorischen Ja-Sager. Wer ist das bei uns in der Band? Notorischen Ja-Sager. Ich kenne nur einen notorischen Nein-Sager. Wer ist das denn? Jochen. Stimmt, Jochen ist gegen alles. Danger. Danger ist ein Ja-Sager. Ja? Nö. Ihr seht, die Band-Familie ist ja eben noch um Jochen und Danger erweitert. Wir entscheiden tatsächlich demokratisch, also zumindest bei den vier Band-Mitgliedern, wenn wir was abwägen müssen. Ein neuer Song, der ausgesucht wird oder eine Merch-Idee oder irgendwas, entscheiden wir schon demokratisch. Aber so im Brainstorming sind gerne, weil wir irgendwie mehr Zeit haben und selten an Urlaub sind oder im Knast, sind Tom und ich immer. Gerne aktiv. Ja. Wir haben eigentlich immer ziemlich viele Ideen. Und die Pandemie-Jahre waren ja von Ideen geprägt. Ihr erinnert euch selbstverständlich alle an unsere grandiosen Musikvideos, die ihr genau jetzt alle nochmal anklicken werdet. Das waren ja nicht nur Musikvideos, der Podcast an sich. Wir haben den Podcast angefangen. Und wir haben auch immer mal neue Merch-Ideen. Wir haben ein sehr schönes Tour-Shirt dieses Jahr mit dem dreiseitigen Druck. 15 Jahre. Dieses Jahr ist ein richtig schönes geworden. Nächstes Jahr wird auch sehr schön. Wir wissen schon, was es ist. Wir wissen es schon, ja. Und was haben wir? Wir haben dieses Jahr das erste Mal Kappen gehabt. La Ultima Kappen. Und was haben wir überhaupt an Merch momentan? Was gibt es eigentlich alles so bei unserem Stand? Ich muss mal überlegen. Was haben wir eigentlich? Ihr könntet Gutes tun, damit wir eben neue Ideen wieder umsetzen können. Indem ihr uns zum Beispiel Silikonarmbänder abnehmt oder Buttons. Sogar verschiedene. Ein Button ist ja langweilig. Wenn man Buttons sammelt, muss man die ja überall hinpinnen. Auf eine Kappe gehören dann fünf Buttons oder so. Wir haben, glaube ich, drei verschiedene oder vier verschiedene Buttons. Wenn ihr Raucher seid, haben wir Feuerzeuge. Wir haben Feuerzeuge für euch. Wir haben Aufkleber noch unten nöcher. Aufnäher haben wir sogar. Wir haben Aufnäher. Höchste Qualität tatsächlich. Für euren Eastpack, eure Kutte, eure, weiß ich nicht, Lederjacke, den Mund eurer Schwiegermutter. Für den Kaffeegenießer haben wir Tassen. Ja, wir haben Tassen. Oder kleine Autoaufkleber. Kleine Autoaufkleber. Was früher bitte ein Bit war, ist jetzt La Ultima. Poster haben wir. Es gibt tatsächlich, ich bin noch immer erschrocken, dass die abgenommen werden. Aber es gibt Poster, verschiedene Ausführungen von uns. Ich glaube, vier Stück. Dann gibt es für Sonnenanbeter Sombreros. Wir haben La Ultima Sombreros. Welche Band kann das von sich behaupten? Hat die eigene Sombreros? Also auch auf dem Open Air sollte man noch mal zuschlagen. Also es wäre auch seltsam, wenn eine andere Bandler Ultima Sombreros hätte. Na, wer weiß. Herzlich willkommen bei nichtlustig.de. Doch, das war lustig. Wo ist der? Da, so. Was haben wir denn sonst? Das ist eine gute Frage. Hör mal. Man hat uns auch schon mal so einen Quickbanner abgekauft. Ja, stimmt. Das war eigentlich von unserem Merchstand. Ja. Ist auch weg. Manchmal will man auch unsere Wäsche kaufen. Aber das machen wir nicht. Was könnten wir denn noch zum Merchandise? Genau. Wir hätten echt mal gerne auch kreative, schwachsinnige, aber auch reelle Ideen. Was würdet ihr euch als kleines Giveaway-Merchandise, wovon wir dann eben wieder, weiß ich nicht, die nächsten Shirts drucken lassen können, was würdet ihr euch wünschen? Für nach dem Auftritt. Ja, siehst du, aber da sind wir wieder bei der Gleichberechtigung. Warum nicht die La Ultima-Pille? Weil wir das aus rechtlichen Gründen, glaube ich, nicht hinkriegen. Okay. Alles klar. Das wäre der einzige Grund. Falls hier irgendeiner von euch zufälligerweise Chemikant ist, können wir da irgendwas drehen. Was hätten wir denn noch? Also was hättest du denn von so Plastik-Trinkbechern wie auf so Festivals? Diese Festivalbecher? Ja. Ich sammle die nicht zuhauf, aber wenn ich auf einem Festival bin oder eben so, ich habe noch welche von einem Onkelskonzert zum Beispiel oder von Rammstein, die stelle ich mir echt hin, die werden auch benutzt. Erstens sind die einfach unkaputtbar, die sind unkaputtbar und die erinnern einen eben an was und du kannst das noch damit verbinden, dass du Bier daraus sollst. Plus die sehen geil aus. Also so Festival-Plastikbecher fände ich geil. Wäre eine gute Idee, ne? Wäre geil. Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Ja. Was hätten wir denn noch? Ja gut. Vielleicht so einen Schlüsselanhänger. Was hältst du denn davon? Ja, aber mit was? So einen Einkaufschip oder was? Das wäre doch praktisch. Ja, vielleicht so als Flaschenöffner. La Ultima ist nun mal eine Familienband. Ja. Wir haben demnächst Jutebeutel und Einkaufschips im Angebot. Ja, so Jutebeutel. La Ultima Jutebeutel zum Einkaufen. Warum denn nicht? Ne, das machen, ich weiß, das machen viele Bands. JBO hat das auch. Da will ich nicht drauf aufspringen. Nein, ich möchte keine Jutebeutel. Was könnte man noch machen? Selbst wenn sie schwarz sind. Was könnte man denn noch machen? Also was ich erwähnen wollte, war, dass ihr uns eure Ideen, was würdet ihr euch als Merch so mal von uns wünschen? Oder wünscht ihr euch vielleicht, dass es bei den Neu-Ultima-Konzerten auch, und wir würden uns ja freuen, wenn ihr zeigt nach außen hin, dass ihr Rockhütte hört, wünscht ihr euch auch irgendwas von der Rockhütte vielleicht? So ein Aufkleber? Unterhosen? So ein Button, Unterhosen, Stirntattoo. Schickt uns einfach mal belanglos, nee, zwanglos eine E-Mail an podcast.rockhütte.com mit UE, die Hütte, und schickt uns eure Ideen. Vielleicht kommt da was hin. Ich habe ja auch noch so eine Idee, vielleicht könnte man auch mal bei irgendeinem Konzert oder bei irgendeinem Festival auch mal so einen Tätowierer einladen, der kleine La Ultima-Tattoos sticht, während des Auftritts. Das ist aber schon ganz großes Tennis. Aber man könnte vielleicht sowas mal arrangieren. Ich meine, das ist eine tolle Idee. Kleine La Ultima-Tattoos für einen Puffi oder so. Ja, wir sind da natürlich raus. Das ist ja nicht für uns. Aber wenn wir einen Tätowierer unserer Wahl dahin stellen. und das damit anbieten, ansonsten haben wir ja nichts damit zu tun. Aber das wäre ja schon eine Idee, oder? Guck mal, ihr werdet weiter zugehackt, zahlt nicht so viel wie im Studio. Einzige Bedingung ist, es muss von uns sein. Wie assi ist das denn? Okay, erweitern wir das. Es wird ja wahrscheinlich so fünf, sechs Motive von uns geben. Ihr könnt euch La Ultima oder Rockhütte tätowieren lassen. Das müssen wir ein bisschen offener gestalten. Aber die Idee ist doch nicht verkehrt. Nee, wirklich nicht. Das wäre was. Und dann kann man die am Ende des Auftrittes dann präsentieren. Das sind ja so Schnell-Tattoos. Wie lange brauchen die dafür? Dann kommt er auf die Bühne, wir haben ein Foto, unterschreiben noch oder so. Und dann kann er die Unterschrift noch noch tätowieren lassen. Ja, ist toll. Rettet er immer wieder dahin. Die Idee ist doch nicht verkehrt. Das wäre eine Idee. Aber genau so handhaben wir das mit dieser Brainstormerei. Deswegen gibt es auch in jedem Jahr immer irgendein neues Motiv. Kann sich noch einer an unseren Sombrero-Mann erinnern? Das ist schon lange her, oder? Oder die Los Santos-Diablos-Tour mit den Teufelsengeln. Mein Gott. Ja. Was wir schon alles hatten. Was haben wir denn so nächstes Jahr alles vor? Ja, was schön ist. Schön und bunt. Nee, so grundsätzlich. Jetzt nicht vom T-Shirt her. Haben wir doch irgendwelche Sachen im Petto, die wir vielleicht machen wollen? Wir werden auf jeden Fall das Set nochmal aufmischen. Selbstverständlich. Dieses Jahr wird auch noch was geschehen. Was denn? Dieses Jahr wird auch noch ein... Hast du jetzt kurz überlegt, ob du das überhaupt sagen darfst? Zum Rockhütte-Podcast-Jubiläum wird noch was stattfinden. Ja. Haben wir letzte Woche auch schon angeteasert. Aber wir teasern weiter nur, würde ich sagen. Ja, bis zur 93. Folge. Aber es wird auch da dieses Jahr noch was geschehen, was außer der Reihe vielleicht sogar besonders ist. Vielleicht könnt ihr mit etwas Glück die Rockhütte einmal leibhaftig erleben. Jetzt hast du schon fast so viel... Nee, 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 das reicht. Mehr mache ich nicht. Könnte ja auch eine Video-Episode sein. Na, das haben wir ja schon gemacht. Ja, und? Aber genau auf so Ideen kommen wir... Apropos Video. Meinst du, wenn wir nächstes Jahr nochmal Zeit haben, machen wir vielleicht nochmal ein Video? Ja, wir haben sogar noch Aufnahmen im Schrank. Wir hatten große Pläne. Sie hatten auf jeden Fall mit einer Drohne zu tun und mit Insekten. Und mit einer Wildwestenstadt. Und mit Insekten hatten wir auch noch Pläne. Ja, mit Insekten haben wir auch was. Mit Insekten hatten wir auch Pläne. Und wenn es die Zeit zulässt... Wir sind ein paar kreative Mäuschen. Auch, ich weiß, die Videos, die guckt man sich einmal an. Aber Leute, das war viel Arbeit. Guckt sie öfter, dann machen wir auch noch was. Wir haben da noch ein paar Ideen. Und wo wir letzte Woche über den Laila-Song diskutiert haben... Sowas haben wir auch noch im Plänen. Ja, der Tom und ich. Wir haben mal mit unserer Vor-La-Ultima-Band, kann man so nennen, schmerzfrei... Da waren auch Torben und Alex schon bei. Aber ich glaube, den Song hattest du, den Text hattest du geschrieben. Ja. Und ich habe, glaube ich, die Melodie gemacht. Haben wir einen Song aufgenommen, einen Urlaubssong. Passt noch in die Zeit. Ja, ein tatsächlicher Ballermann-Hit-Urlaubssong. Ein absoluter Urlaubssong namens Ich bin dann mal weg. Und zu der letztwöchigen Diskussion zum Ballermann-Song Laila haben wir uns schon gedacht, der Song hat Ballermann-Charakter. Ja, der hat Potenzial. So, und wir würden gerne diesen Song einmal als Ballermann-Version tatsächlich fertig machen. So mit Döp, Döp, Döp und Ööö und Chorgesängen und Utz, Utz, Utz. Und wir sind der festen Überzeugung, das könnte dafür sorgen, dass La Ultima sich auflöst und wir uns in unsere Willen zurückziehen. Ja, das könnte dafür sorgen, dass La Ultima tatsächlich auch auf dem Ballermann spielen wird. Vielleicht irgendwann. Ich habe auch gerade kein Snippet davon. Jetzt hier groß ankündigen und dann kommt da nichts. Ja, ich muss jetzt frei drücken, glaube ich, weil ich das nicht richtig sehen kann. Hier mal gucken. Ich will heute Currywurst. Nee, das auch nicht. Soll ich mal gucken? Siehst du nichts oder bist du blind oder was? Nein, hier ist so viel drin. Hier sind ganz alte Sachen, hier sind auch von La Ultima Sachen und so weiter. Und unser WM-Song ist hier drauf. Lies schneller. Hier ist sogar drauf, wie du Robbie Williams gesungen hast. Nein. Ja. Das will aber keiner mehr hören. Will das mal einer hören, wie Tom Robbie Williams gesungen hat? Das war unser Ballermann-Song noch als Rock-Version. Ich muss weit weg vom Stress gerinnseln. Am besten nach auf eine Insel. Dann fühle ich mich auch wieder wohl. Das Schrank, Reiben und Alkohol. Jetzt hinhören. Ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg. Ich mach jetzt frei. Ich mach jetzt frei. Alles andere geht. Alles andere geht. Aber denkt dran an das Insekten, an die Insekten-Idee. Da wird auch noch was passieren. Die Insekten-Idee hat auch anteilig was mit Rammstein zu tun. Auch. Auch. Aber auch mit den Onkels. Auch. Also ihr merkt, wir werden für euch nicht stillstehen und weil wir einfach nicht anders können. Ja. Ja. Unsere Frauen wollen... Ihr seid das aber auch schuld. Wir werden vor die Tür gekehrt und sollen kreativ sein. Genau das machen wir. Aber wenn ihr Ideen habt oder Wünsche, bitte schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail an podcast-at-rohr-küttel.com oder einfach an info-at-onkelstribute.de. Sehr schön. Es wird, wir versprechen, das La Ultima versprechen, es wird nicht langweilig mit uns. Und denkt immer dran, wenn ihr mal tagsüber irgendwo sitzt am Kaffeekränzchen oder in der Firma und habt gerade Pause, dann sagt, hey, ich höre Rockhütte. Alter, du hast heute unfassbar Sabbelwasser getrunken. Wo sind wir dran? Ich habe keine Ahnung. Dann komm, lass uns spielen. Das können wir wenigstens. Willst du was mit mir spielen? Ja, komm, ich spiele auch mit dir was. Willst du wirklich mit mir spielen? Ja, sonst bist du ja nachher nicht ausgelastet. Ich bin das. Ich spiele nicht. Was spielen wir denn? Komm, hau raus. Welches Spiel willst du wieder verlieren? Wir spielen, wo ist mein Feuerzeug? Da. Such es. Such, such. Wieso hast du eigentlich immer nur La Ultima Feuerzeuge? Das ist ganz einfach, weil immer wenn ich eins habe, klaut mir das einer von euch und dann muss ich mir halt ein neues nehmen. Dann kannst du ja gleich schon wieder ein neues nehmen. Was spielen wir? Wir spielen nochmal ein Filmquiz. Okay. Das heißt, ich gebe dir irgendein Wort, einen Namen, eine Szene, ein Geräusch vor und du musst den Film erraten. Ich kann das. Nicht. Soll ich mal soft anfangen? Seth Gecko. From Dusk Till Dawn. Das ist richtig. Ähm, jetzt muss ich, ne? Wir müssen jetzt spontan sein die nächsten paar Stunden. Proktor. Was? Proktor. Prostata-Untersuchung. Nein, ein Film. Proktor. Hier, nackte Kanone. Nein. Irgendwas mit Leslie Nielsen. Ja, ich weiß es nicht. Ich gebe dir einen zweiten Tipp. Ähm, Zed. Ah, scheiße. Police Academy, Mann. Ja, richtig. Boah, ja. Da war nochmal Proktor. Der blöde Polizist da, der Gegenspieler-Assistent. Ja, der war weg. Das war echt gelöscht. Ja, Proktor. Das war echt gelöscht. Du solltest nochmal gucken, ist auf Netflix. Ha, 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 ich lach mich tot. Du bist dran. Das war's. Ich lach mich tot? Ha, 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 ich lach mich tot. Das Alf. Ja, richtig. Mein Gott. Oh, nicht schlecht. Kurz überlegt. Ich möchte eine Welt in der Würmer und Insekten wieder schmecken. Das war die nackte Kanone. Richtig. Ich glaube aber, das war, war das 33 ein Dritt? Nee. Nein, das war der erste Teil. Das war im ersten, wo der auf die Nette geht und pinkelt. Bei der Queen später war das, glaube ich, auch. Wer hat's? Bei der Queen war der da. Ja, bei der, na ja. Nimm doch den Balkon runter, Mann. Ja, auch. Dazu, ja. Nano, Nano. Nano, Nano. Morg vom Orgen. Boah. Krass, oder? Ja. Was könnte ich mal machen? Das ist gar nicht so einfach manchmal. Ich kann ja einen reinwerfen. Ja, mach mal. Also alles nur zum Warmwerden noch. Chaos-Theorie. Äh, Jurassic Park. Ja, Mann. Das hattest du letztens schon mal, deshalb wusste ich das. Echt? Scheiße. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich gesagt, das Leben findet einen Weg. Pussy Wagon. Pussy Wagon? Ähm, das könnte sein Death Proof? Nein. Scheiße. Pussy Wagon. Ja, der hat einen Pussy Wagon. War das das Pendant dazu bei Planet Terror? Nein. Es hat mit Tarantino zu tun? Ja. Fuck. Wo war denn der Pussy Wagon? Dann war das bei Kill Bill. Richtig. Ah. Das war der, er war in so einem ... Bei Tarantino müsstest du auch nur sagen, Füße. Als die Braut quasi aus dem Hospital geflohen ist, hat sie den Wagen des Pflegers genommen, der sie da misshandelt hat. Und da stand hier ein Pussy Wagon drauf. Stimmt, richtig. Aber da waren vorher mindestens drei Minuten lang ihre Füße im Bild, in dem Wagen. Ich hätte aber auch Hattori Hanzo. Ja, das hätte ich, das hätte ich gerne erraten. Hattori Hanzo ist mir noch bekannt. Oder Five Finger Death Punch. Du bist dran. Ähm, ja, ähm, der Jude. Äh ... Also Serien gelten auch, ne? Das ist eine Serie? Ja. Den Tipp kriegst du noch dazu. Großartig geschauspielert. Fast besser als die Hauptfiguren. Das weiß ich jetzt nicht. Hast du nur überlegt. Der Jude? Ich habe keine Ahnung. Ha! Der Jude ist eine Nebenfigur in Peaky Blinders. Ja, habe ich noch nie gesehen. Ja, siehst du, weiß ich doch nicht, ne? Siehst du, da habe ich auch mal eins reingewirkt. Gespielt von, hier, wer hat Bane gespielt? Und Mad Max, den neuen, wie heißt der nochmal? Tom Hardy. Tom Hardy, ja, großartig. Hat der wirklich großartig gespielt. Der Jude. Hammer. Hm, was könnte ich nehmen? Lass mal überlegen. Es ist nicht so einfach. Muss ja erstmal einmal einfacher. Eigentlich, wenn man sich so frei unterhält, hat man irgendwie Millionen Filme im Kopf, ne? Aber, äh, wahnsinnige Geschwindigkeit. Spaceballs. Das ist nicht Albrooks. Ja, Moment, danke. Springer, auf die Königin. Läufer, auf die Königin. Massive Vergewaltigung. Was war's? Keine Ahnung. Echt jetzt? Weiß ich nicht. Auch Mel Brooks, verrückte Geschichte der Welt, Mann. Den habe ich irgendwie vor 25 Jahren mal gesehen. The Inquisition, The Inquisition. Das wäre genauso, wenn ich sage, Otternasen. Spalter. Was denn für ein Film? Die verrückte Geschichte der Welt. Nein, Otternasen. Otternasen? Wahrscheinlich die Ritter der Kokosnuss. Nein. Nein. Boah. Otternasen. Du warst ja gerade, du hast doch schon Spalter gesagt. Ach so, hier, Volksfonds von Judea. Das Leben ist breit. War da Otternasen drin. Ja, Otternasen. Hat dich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, du. Was gibt's denn? Der ist jetzt fies. Den hast du bestimmt noch nicht gesehen. Weltraumziegel. Tor 4. Hab ich aber gelesen. Leute. Scheißt auf die Kritiken. Guckt euch diesen Film an. Ich hab mich bepisst vor Lachen. Meistens da, wo du lachst, lache ich überhaupt nicht. Alter, die Weltraumziegel sind der Knaller. Und, äh, hier, der Gladiator als Zeus. Mega. Was ist das denn für, äh, äh, für eine Serie, äh, das ist aber Porn. Äh, ja, ganz klar, The Boys. Richtig. Ja, das andere darfst du nicht sagen. Sein Lieblingswort ist ja Otze. Ja. Boah, aber wie der, wie der Synchronsprecher das ausspricht, ne? Otze. So. Ja, sprich, ich hab's dem Original noch nicht gehört. Sprich, da, äh, hat der auch so eine tiefe Stimme im Original? Ähm, nee, ich hab's noch nicht auf Englisch geguckt. Nicht, dass er sich das so anhört. Ich will das schon. You cunt. Dirty cunt. Das ist nicht so schön. Nee, ich weiß es nicht. Ähm. Was ist das denn für ein Film? Junior. Boah. Louis de Finet? Nein. Nein. André, erst was du gewusst hast jetzt. Ja, bestimmt. Oder ich kann dir noch ein anderes Zitat sagen. Äh, Rolls Royce Phantom 2. Ein ausgekochter Schlitzohr? Nein. Der fährt ein Pontiac Trans Amp. Äh, auf dem Highway ist die Hülle los? Nein. Ich bin raus. Moment, hier, äh, was ist das? Ich weiß es nicht. Indiana Jones 3. Was? Ja. Ja. Junior. Scheiße, stimmt schon. Conroy hat das zu ihm gesagt. Jedes Mal, wenn der den aufgeregt hat. Stimmt. Okay, Moment, dann habe ich auch eins. Und täglich grüß das Murmeltier. Alter, bist du behindert oder was? Mach nochmal. Was soll das sein? Ein Wookie. Weiß ich nicht. Nee, der hört sich anders an. Ja, so. Ein Wookie. Ja, in welchem Film? Jetzt war es schwer, ne? In Episode 4. Nee, das war Chewbacca in Episode 2. Hat der in Episode 2 auch mitgespielt? Der hat irgendwie immer mitgespielt, gefühlt. Oh, nicht schlecht. Doch, der ist ja viel älter als die anderen gewesen. Der kann ja älter werden. Was hat man denn noch für einen Film? Purze. Das Erste, was wir machen, wenn man nach Hause kommt, ist, deiner Frau Mutter eins auf die Schnauze zu hauen. Boah. Nee. 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 Weißt du nicht? Ich hab das schon mal gehört, aber... Oder anders. Ich befinde mich hier in einer Höchstgeschwindigkeitsverfolgung. Ich weiß es nicht. Immer noch nicht? Nein. Sicher? Ja. Nee, nee, nee. Ein ausgekochtes Schlitz. Boah, Alter, das hab ich doch eben schon gesagt. Mit eigenen Mitteln geschlagen. Ich find das absolut nicht in Ordnung von dir. Wirklich nicht. Ich könnte auch sagen, Fender, Baum, Blake. Okay, machen wir's ein bisschen schwieriger. Warum seid eigentlich immer nur ihr beide ihr? Bill und Ted. Nein. Ich hab keine Ahnung. Der Interpret trägt einen roten Anzug. Super Mario. Nee, wie heißen die anderen? Nee, die heißen anders. Einen roten Anzug? Wer hat denn den roten Anzug an? Fast jeder zweite Superheld hat einen roten Anzug, Mann. Einen roten... Äh, äh, The Flash. Nein. Der hat einen roten Anzug an. Ja, aber der ist es nicht. Wer hat denn noch einen roten Anzug an? Die anderen. Weiß ich nicht. Boah. Aber Deadpool. Deadpool? Ja. Der hat auch einen roten Anzug. Das hat er gesagt, weil die da die Kosten gespart haben. Der ist ja eigentlich im X-Men-Universum angesiedelt. Ach so, jetzt weiß ich wo. Als er in der X-Men-Villa ist. Ja. Da sind immer nur die zwei. Ja, das stimmt. Für die anderen war kein Geld da. Da hast du auch wieder recht. Ja, ich erinnere mich. Was gibt's noch? Ah. WNBC. Oh, Private Parts. Ja, richtig. Mega. Ganz großartig. Ähm. Ja. Hm. Hier. No Stairway to Heaven. Wayne's World. Ja. Ähm. Darf ich vorstellen? Captain Außer, Captain Unter, Captain Over. Unglaublich. Reise in einem verrückten Flugzeug. Ja. Einer der besten Filme aller Zeiten. Heute kann keiner mehr über Komödien lachen. Damals ging das am Fließband. Hier, pass auf. Ganz einfach. Die besten zwei Komödien. Wo wir gerade mal dabei sind. Jetzt willst du es aber wissen, ne? Die besten zwei Komödien. Du ein, ich ein. Boah. Ja, von der Gag-Dichte her bin ich da ganz nah bei hier Flugzeug oder was von Leslie Nielsen. Auf jeden Fall. Ähm. Doch. Ich nehme tatsächlich die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ohne Scheiß. Ja? Ja. Von der Gag-Dichte her auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin also bei wirklich einem der besten Komödien. Ich bin bei der nackten Kanone. Ja, aber dann treffen wir uns ja irgendwo. Ja, aber alleine die letzten 20 Minuten auf dem Baseballfeld. Die sind schon unfassbar geil. Das ist was. Da können die auch alle einpacken. Da kann auch ein Adam Sandler einpacken. Ich meine, das sind ja, die Gag-Dichte ist so hoch, dass da auch vieles untergeht, wenn man das nur einmal gesehen hat. Also man muss den Film bestimmt 10 Mal, 20 Mal sehen, auch den anderen, da mit dem Flugzeug. Aber da sind ein paar Sachen drin, die sind so unfassbar lustig. Oder wenn er dann mit dem Finger in das Aquarium reingeht und den Füller rauszuholen mit dem Fisch, der dem am Finger hängt. Das sind so lustige Sachen drin. Also ich glaube, das sind die besten zwei Komödien. Okay. Wollen wir jetzt so weitermachen? Ja, wir machen die besten zwei. Wollen wir den Leuten jetzt wieder vorschreiben? Matja, finde ich gut. Da so ein bisschen diktatorisch auftreten auch. Die besten zwei Horror-Metzler-Typen. Die besten zwei? Ja gut, für mich gibt es ja nur einen den Besten. Das ist Jason. Jason ist der Geilste. Der läuft einfach, ohne was zu sagen, durch die Gegend und metzelt einfach alles weg, was dem in den Weg kommt. Ja, bin ich dabei. Freddy. Freddy? Ja, die haben ja auch schon ihren Film zusammen gehabt. Freddy Krüger ist der Beste. Nee, Jason ist der Beste. Die zwei Besten, Mann. Du hast gesagt, Freddy Krüger ist der Beste. Es sind zwei. Also, okay, sind beide gut. Ja. Jason und Freddy, okay. Dann denk du dir weiter aus. Der Beste Actionfilm. Da wird es nämlich schon schwer. Der wirklich Beste Actionfilm. Unter der Hand, unter der Hand, unter der Hand, ja sag ich jetzt, der Beste Actionfilm unter der Hand ist Last Action Hero. Nee. Doch. Nee. Weil der eine Persiflage auf Actionfilme ist, weil der eine Persiflage auf Actionfilme ist, unglaublich Humor hat, an den Kinokassen baden gegangen ist und trotzdem am Ende absoluten Kultstatus hat. Also, das ist dein bester Actionfilm. Sag ich jetzt, ja. Es gibt zu viele gute Actionfilme. Sonst fängst du an mit, weiß ich nicht, Expendables, Terminator, bla bla bla. Nee, das sind nicht die besten Actionfilme. Last Action Hero. Der muss vieles haben. Actionfilm muss Action haben, der muss spannend sein, der muss also auch, dass er dich im Sitz fesselt und der muss auch eine gewisse Art von Humor haben. Also, um dich aus der Spannung mal rauszuholen kurz. So, das finde ich, der Last Action Hero ist mehr so eine Satire, hast du recht. Aber das ist ja kein richtiger Actionfilm in dem Sinne. Der persifliert das ja nur. Was ist denn deiner? Bei mir ist es schwierig, es sind zwei. Muss ich auf einen einigen. Den anderen will ich nicht hören. Das ist schwierig. Interessiert mich nicht. Lass mich mal kurz drüber sinnieren. Also, wenn ich den einen, dann nehme ich den anderen. Also, ich glaube... Viel zu lernen, du noch hast. Also, ich glaube, okay, dann einigen wir uns darauf. Ich nehme Stirb langsam drei, finde ich den besten Actionfilme. Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Da hat der nicht mal seine Standard-Synchron-Stimme. Ja, aber darum geht es doch gar nicht. Der Film hat alles... Ich meine, die Eröffnungssequenz. Wenn er durchs Ghetto läuft mit dem I-Hate-Niggers-Schild um den Hals, ist schon stark. Okay. Hast du überhaupt... Du hast bis jetzt doch bestimmt selber noch nicht rausgefunden, wie das mit den Kanistern geht. Ne, das stimmt. So. Das habe ich Simon sagt. Aber das sind doch großartige Action-Sequenzen drin. Aber wenn ich den... Stirb langsam drei gegen... Stinkt doch ab gegen Teil eins und zwei. Jetzt mal im Ernst. Ja, aber ich habe ja eh schon ein Problem, den besten Actionfilm rauszufinden. Es hätte auch nie so ein Weapon sein können. Also siehst du, wir haben beide unkonventionell entschieden. Wollen wir uns darauf einigen? Ja. Okay. Was haben wir denn noch? Die zwei besten bescheuerten Filmtode. Ähm, Kill Bill 2. Welcher? Wo Kill Bill stirbt. Der ist sowas von sinnlos. Mit dem Five-Finger-Dest-Bunch. Das ist so dämlich. Was wäre eigentlich, wenn der dann ewig sitzen geblieben wäre und nicht gelaufen wäre? Der hätte sich doch durchfüttern lassen können. Der hätte sich in Rollstuhl setzen können. Ja, ja. Wenn er dann fünf Schritte geschoben worden wäre, wäre er dann auch gestorben? Fragen über Fragen. Aber das ist eine... Wie lange hält der Five-Finger-Dest-Punch? Das ist auch eine gute Frage. Aber auf jeden Fall ist das ein ziemlich dämlicher Tod. Ja. Ich habe jetzt auch wieder zwei. Jetzt habe ich zwei, wo es mir schwerfällt. Also ziemlich dämlich ist der in Kong Skull Island. Weißt du, der Typ, der dann von der Echse weggeklatscht wird. Achso, der noch da steht und denkt, das hat er geschafft. Und dann zack. Ja, so vollkommen sinnlos. Aber ich glaube, weil es auch eine Riesenreihe und ein sehr populärer Film war, in The Dark Knight Rises. Wenn du denkst, Bane ist der Hauptböse. Dann macht der Bane da fettig und dann kommt die Alte, wo der denkt, das ist seine Freundin und sagt, ich bin die Tochter von Ra's al Ghul, haut dem Messer rein. Dann flüchtet die mit dem LKW und stirbt innerhalb von zwei Sekunden und es ist alles scheißegal. Die hat den beschissensten Filmtuch, der ist so schlecht geschauspielert, in einem großartigen Blockbuster. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Aber der dritte Teil war Schrott. Ich fand den Schrott. Alleine der Kampf mit Bane. Wenn der im zweiten nichts rankommt. Ich finde, Bane war, der hätte noch mehr rausholen können, aber der Filmtod war scheiße. Was sind denn die traurigsten Filmtode? Die traurigsten zwei Filmtode? Oh. Oh. Wo du selber das Taschentuch rausholen musstest, wo du ein Kloß im Hals hattest. Okay, ich sage jetzt nicht wieder Iron Man, weil da hatte ich kein Kloß im Hals. Scheiße, habe ich jetzt gespoilert. Übrigens Iron Man ist tot. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das haben die Leute gesehen. Na? Schwierig. Echt schwierig. Okay, ich habe auch damals echt im Kino geschluckt, als Gandalf gestorben ist, aber der war ja dann nicht tot. Bitte nicht. Also, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann gehe ich halt in meine Kindheit zurück. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesagt. Dann war das das Ertrinken im Schlamm von Artax. Bei dem Pferd? Ja. Bei der unendlichen Geschichte? Ja. Das ist schon traurig, ne? Das hat mich echt fertig gemacht. Richtig fertig. Aber da war ich natürlich wesentlich jünger. Aber das hat, also, das hat man ja, je älter man wird, nicht mehr so. Aber diese Szene in dem Film, die hat mich gestresst. Die hat mich richtig gestresst. Ja, meine Tochter wollte den ab der Stelle auch nicht mehr gucken. Ich habe da wirklich mitgefiebert. Alle zerreißen den Film oder haben den Führer zerrissen. Da hätte man sagen müssen, wegen dieser Szene muss der Film ab 16 sein. Ja, der hat ja alle Kinder da hingerafft im Kino. Also doch, okay, wegen Artax. Und bei dir? Also meiner ist Bruce Willis in Armageddon. Wie kann man ihn sterben lassen? Das geht doch nicht. Ja, der war schon eine coole Sau. Ja. Wo der da Ben Affleck mit der Schrotflinte auf der Bohrinsel gejagt hat. Ich habe jedes Mal ein Kloß im Hals, wenn der da stirbt. Wenn er auf den Knopf drückt und ist fort. Und dann kommt auch die Musik von Aerosmith, dann bin ich durch. Jetzt muss ich da auch dran denken. Das ist doch sowas von traurig. Ja, klar. Ja. So, komm, lass uns aufwählen, wo es so traurig ist. Oh, na gut. Haben wir noch irgendwas? Ein paar schöne Songs können wir uns ausdenken. Ja, komm. Ansonsten, Moment mal. Die besten zwei Rockhütte-Episoden. Damit können wir noch abschließen. Ich habe die ja jetzt nicht alle um den Sender. Das macht es ja gerade so spannend. Aber dann wollen vielleicht diese zwei Episoden noch mal aus den 92 die Hörer hören. Ganz besonders. Die besten zwei. Jetzt sag nicht wieder die eine Halloween-Episode. Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Vergiss es. Die ist raus. Ich würde sagen... 88, 89. Das ist doch gerade erst passiert. Ja, aber das sind die besten zwei. Unsere Malle-Episoden. Ja. Na, okay. Komm, dann schließe ich mich da an. Die Episode hier im Freibad. Ich weiß leider die Nummer nicht. Die hieß, glaube ich, Cornetto-Apokalypse oder irgendwas mit Drei-Meter-Brett. Sucht sie mal. Sucht sie einfach mal. Falls ihr zwischendurch auf die anderen 99 stolpert, lasst sie laufen. Kein Ding. Ich bin doch immer angetriggert von Bruce Willis jetzt hier. Es ist echt traurig. Du setzt jetzt nicht Aerosmith auf dieses Mixtape. Ja, komm, fang ich diesmal an. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich bin angekommen wieder in den 90er- und Nullerjahren. Da gab es einfach großartige Rock- und Metal-Bands abseits von Linkin Park, Corn und Papa Roach und so, die in der Versenkung verschwunden sind oder in den USA geblieben sind. Das hast du ja auch oft. Es gibt Bands, die machen großartige Songs und die kommen einfach nicht bis nach Europa rübergeschwappt. Eine habe ich entdeckt, die heißt, die kannte ich vorher tatsächlich nicht, Chevelle. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, das ist so eine Alternative-Band mit dem Song The Red. Ihr habt danach einen Ohrwurm und denkt, wow, wo kommt denn der Song jetzt her? Und der ist schon, weiß ich nicht, 14, 15, 16, 17 Jahre alt. Cool. Absolut geil. Okay, dann hätte ich gerne noch, ich weiß, die Band ist polarisierend, die Band existiert aber schon lange und die Band ist noch nicht auf der Playlist. Ich hätte gerne Nickelback, ja, du kannst jetzt mich so angucken, wie du guckst, aber mit dem Beweis, dass die auch noch harte, coole Songs machen konnten. Nickelback mit dem Song Flat on the Floor. Jetzt mache ich aber genau in der Kerbe weiter. Ich hätte gerne noch, kennt auch keiner mehr, Huba Stank mit Crawling in the Dark. Kenn ich überhaupt. War ein Hit in den Nullerjahren. Wenn du das meinst. Und zu guter Letzt noch Puddle of Mud mit Control. Erster Hit von der Band. Das kenne ich noch. Ja, schön. Aber scheiße, scheiße, mir ist mir so weit eingefallen. Nein, tut mir leid. Wir hatten noch letztens, ich hatte noch letztens dieses 80er Revival, haben wir doch gesagt, von Stranger Things, Running Up That Hill, das lüge ich ja überall. Das hat jetzt eine Punk-Rock-Band gecovert. Okay. Muss ich sagen, müsst ihr auch reinhören. Hört euch rein, die Punk-Rock-Factory mit Running Up That Hill. Die Punk-Rock-Factory, die machen normalerweise nur von Filmen, auch von den ganzen Disney-Filmen, machen die Punk-Rock-Songs draus. Müsst ihr euch mal geben. Geil. Das ist überhaupt nicht meins, aber toll. Ja, aber cool, Running Up That Hill, gute Cover-Version. So, jetzt bin ich aber fertig. Ich hätte gerne nur einen Song heute. Das ist aber wenig. Ja. Aber der ist geil. Nein. Doch, der ist von Isaac Hayes. Chef. Das ist der eine Song, den wir nicht haben. Erstmal fünf Minuten Intro. Chef. Der hat was. So, das ist genug für heute. Ja. Ich glaube, wir freuen uns alle, wenn der Torben wieder da ist. Jawohl, bald geht's los auf Konzerte. Schreibt uns E-Mails wegen dem Merchandise und wie gesagt, seid gespannt. Triggert uns, schreibt uns, teilt doch mal unseren Scheiß, macht Werbung, weil wir haben noch Großes vor mit der Band, so wie Rockhütte. Ihr werdet noch einiges erleben. So, jetzt hör auf zur Schwade. Wir müssen weg. Oh, hat schon wieder gedrötet. Gut, Tschüss, meine Damen und Herren. Alles Liebe, alles Gute. Das war der Rockhütten-Podcast. Folgt uns auf allen gängigen Plattformen und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns per E-Mail unter podcast.rockhütte.com. Danke und bis zum nächsten Mal. Game over. Game over.